ein herzliches willkommen ihr lieben zu einer neuen folge resident evil 0 hd schön dass ihr wieder eingeschaltet habt schön dass ihr dabei seid heute geht es weiter hier ganz erfrischt in einer neuen runde und da oben sehe ich ein steinchen kann man die irgendwie bewegen jawohl die kann man bewegen ich die jetzt hier weiter schieb kann man die hier runterknallen kann ich doch den oder ich will da nicht runterfallen schaffst du ja wohl dann haben wir den stein den können wir dann nachher aufheben jetzt will ich aber auch mal wissen was hinter den türchen dieses da ist das auch weiter ich glaube die hatte ich schon geguckt ja die geht nicht ich brauche unbedingt heilungspflanze heilungspflanze und ein farbband wäre cool dass ich hier abspeichern kann auch abgeschlossen da war der durch ein habe ich ja noch wie viel schuss habe ich eigentlich noch vier schuss dass ist ja nicht mehr viel ich habe noch fünf farbbänder oder kann ich ja gleich doch schon abspeichern cool ich dachte das wäre nur eins noch gewesen ja ich mache erst die knarre leer und dann nehme ich den durch ja ich glaube da geht es wieder zurück also wollte ich eigentlich doch nicht nee ich will ja noch mal gucken da muss es doch noch irgendwas geben kann ich da noch irgendwie nach unten runter springen ich glaube dann kann er da runter springen ich glaube das geht nicht so hier geht es noch weiter ist da noch eine tür ist sonst nix die türen waren beide verschiedene hier ist nix sonst das war es da war nur die statue mit dem stein ok 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 weitermachen ja da geht es auch nicht weiter hier kann man wieder nach unten was ist da hier oben ist sonst nichts spannendes wie es aussieht ja 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 ist ok ist ok da ist noch eine tür die hatte ich aber glaube ich auch nach ja 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 hier kann man sich echt verlaufen in der riesigen villa und jetzt bin ich wahrscheinlich von der anderen seite wieder da ja ok das bringt nichts da kann man wieder zurück also hier haben wir glaube ich jetzt alles da haben wir jetzt alles gesehen da ist nichts mehr kann man hier runter aber hier kann man ja da ist also nichts mehr wie es aussieht hier geht es runter im keller da kommen wir jetzt mal ein geht es hier auch noch mal hoch oh gott hier geht es noch mal um ecke ist ja schicke das hier abgefahren da geht es noch weiter da geht es wieder zurück das ist ja der wahnsinn hier so geht es hier noch weiter nee hier geht es aber das ist nur so eine so eine ecke da das ist glaube ich die haustür die sollte ich glaube ich lieber nicht ich meine von da sind wir gekommen irgendwo war zumindest die haustür weil da sind ja die hunde ich hoffe ich bin jetzt nicht wieder in diesem blöden großen saal doch da bin ich wieder das war falsch ich will mal in die andere richtung heute gucken gegenüber so bitte das sei jetzt nicht die haustür bitte nicht ach das war hier wieder so ein mist hier habe ich ja auch schon alles mitgenommen kann man von hier aus vielleicht noch irgendwo weiter nee da kann ich auch nicht mehr durch hier ist noch eine tür die tür ist auch verschlossen die habe ich vorhin gar nicht gesehen mit einem schwertsymbol ich brauche auf jeden Fall einen Schlüssel hier noch eine tür das ist auch keine tür ein porträt ok sieht aus als würde es mich beobachten alles klar wow 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 aber was gut ist ich gehe jetzt hier doch nochmal rein ich kann meinen Fortschritt nochmal eben speichern ich habe ja genug Farbbänder die lasse ich hier gleich irgendwo Schreibmaschine ja ja verwenden ja ja können wir überschreiben so hm ach so ich konnte da ja vorhin weiter sollte aber ja noch da liegt noch was auf dem tisch auf der anderen seite kann ich hier rum laufen da was ist das da liegt noch was was ist das ach das ist der blaue edelstein ich muss auf jeden Fall zwei Slots noch frei behalten fürs Kraut damit ich das nachher mixen kann und der Dolch wo ist denn mein Dolch der ist gar nicht mehr da ich habe da ein Dolch aufgehoben ok ist auch wurscht der war eh nicht so richtig wird hier bestimmt noch irgendwo andere Dolche finden ist hier irgendwas weiß ich noch so gehen wir hier erstmal weiter das war der blaue Stein von der Statue genau die ich vorhin runter geschmissen habe hier kam ich nicht rein ne kam ich nicht rein da liegt noch der tote Somp da kam ich glaube ich auch nicht rein auch nicht nein hier geht es weiter hier ist bestimmt gleich wieder ein neuer Somp äh wieder im Keller ach da kam ich ja auch nicht weiter da war ja auch ein Rüstungssymbol mhm äh ja das heißt ich muss in die Richtung hier genau da war der tote hier muss doch irgendwo eine Tür gewesen sein ne da geh ich wieder zurück da kann ich doch weiter ha eine Tür die nicht verschlossen ist der Wahnsinn wow das sieht aber nicht gut aus hier vier Schuss das ist der absolute Burner da lieber vorsichtig ich würde meine da ist Kraut 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 das langt natürlich nicht ja auf jeden Fall ich brauche das rote Kraut ist da nicht noch irgendwo eine Tür da ist keine Tür so ein Schiet da liegt ein toter Somp und hier ist ein toter Vogel hier liegt oh da liegt noch was Moment ein großer Vogelkipp da vorne liegt doch irgendwas vor Rabe da liegt was was ist das Pistolenmagazin ja ist da denn ist da denn noch was drin das ist jetzt die Frage ist das voll oder ist das nur das Magazin das kann man bestimmt nicht kombinieren naja ich lass das erstmal da liegen ich brauche rotes Kraut zum heilen also am Vogelkäfig ist ein Pistolenmagazin kann man da auch lang nein da kann man nicht lang Vorsicht da ist nochmal da ist grünes Kraut was soll ich damit ich muss doch auch rotes Kraut haben ihr Fitzlinge grünes Kraut alleine nützt mir nix ach du Schiet was geht hier denn ab was ist das denn nicht dass das gleich los geht hier das ist bestimmt eine Falle da liegt irgendwas ein Schlüssel oder was ja das ist bestimmt eine Falle da habt ihr euch aber getäuscht ihr Lieben dass ich darauf reinfalle hier ist noch eine Tür hier ist noch eine Tür die Tür ist verschlossen eingraviert eingraviert geht das da auf da geht das nicht weiter hier vorne geht es noch rum oder ist da nichts da ist nix da ist nix und da ist auch nix und den Schlüssel nehme ich bestimmt nicht hoch auf ich muss da lang da kann ich auch nicht lang ja das Ding das wird mich sicherlich dann zerfleischen abwohl eigentlich können wir das ja mal ausprobieren vielleicht überlebe ich das ja ich glaube es zwar nicht okay wir sind sowieso fast am Ende dieser Folge ich check das mal aus was hier passiert Möge wer dieses Symbol nimmt Frieden im Tod finden das ist ja schon mal keine gute Haupt-Hausschlüssel eigentlich brauchen wir den nicht den Hausschlüssel Upsala nehmen ich habe hier abgespeichert mit dem Haus Schlüssel Buh ich kann mich nicht bewegen ich kann mich nicht bewegen oh shit oh Ja shit shit ich kann mich nicht ich kann mich hier nicht wegbewegen nein krass das war's ich habe eine trophäe erhalten dass ich tot bin erst rein ja mein lieben das war's von dieser folge ich bedanke mich für euer freundliches zuschauen lasst doch einen finger da liken dicken daumen oder auch zwei bis zur nächsten folge lieben haut rein und ciao